Ach, da muss ich hoch. Zeichen und Symbole Teil 2. Niccolo Polo hat ein Buch in der Nähe des Valens Aquaducts versteckt, das Hinweise zum Versteck eines Masjaf-Schlüssels enthält. Benutzen Sie dies Polo-Symbole, um es zu entdecken. Alles klar. Ach, da hinten. Ich hab's direkt beim Ersten. Ich hab einfach das Erste angewählt, was mir so in den Sinn kam. Hm? 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 Ich bin so schlecht. Ich meine, die Hände sind taub. Das Mädchen mit der Flöte von Menanda wurde entdeckt. Ja, da gehe ich lieber noch nicht hin. Aber Gott sei Dank muss ich ja auch hier hin. Ich bin so schlecht. Ja, dann holen wir uns mal die ganze Scheiße. Den dritten Schlüssel. Ich freue mich schon auf die nächste alte IA-Mission. Und deswegen kann man da auch gerne alle Assassinen schicken. Ist das so? Und wie öffnet man diese Tür? Überhaupt nicht. Es war das Erdbeben. Die Peroja. Aber wir haben nur ein paar Fässer Schießpulver. Das sollte reichen. Und tut es das nicht, holen wir mehr. Ja, Volo. Der Assassine. Los, los. Verdammt. Forum Bovis. Ein Hinweis der Polo-Brüder führte, er zieht zum Forum Bovis. Leider sind die Templer auch schon dort. Und suchen. Keine Gesundheit verlieren. Hier kommt ihr nicht lebend raus. Wir müssen die einholen. Zeigt euch. Oh. Da ist er! Feigling! Feigling? Ich bin euch am Jagen, Alter. Geht euch. Meine Güte. Nein, nein. Er ist hier. Meine Güte. Oh, meine Güte. Er ist hinter uns. Komm, lauf, Ezio. Leg dich doch nicht hin. Das ist ja schon alt. Das weiß ich, aber... Oh. Verdammt. Da habe ich es vergessen. Da habe ich es verkackt. Zeigt euch. Zeigt euch. Wir haben Schießpulver, benutzen wir es! Zurücktreten! Ich brauche mehr Platz! Er ist hinter uns! Komm schon, komm schon! Den Irren darf man nie unterschätzen! Na, Bari! Mega-Explosions! Alles im Brennen! Oh, verdammt! Wow, verdammt! Oh, das ist ja mies! Meine Güte, dann erstmal hier alles ausräumen! Oh, das ist ja die Tür. Die offensichtlichste in der Mitte. Dass sie diesen Schalter auch nicht gefunden haben, der daneben ist. Ein Ding, was man eindrücken kann. Ja, ja, die Gesundheit regt mich gerade auf. Aber gut, was soll man machen? Was soll man machen? Ich guck mal gleich, wie lange die Assassinen noch brauchen. Wäre auf jeden Fall interessant oder gut zu wissen, wie lange die noch brauchen. Zur Not kann ich die dann noch wegschicken. Wir sind zur Zeit unterbettet. Chiminate base. Okay, erstmal die Bomben wieder. So. So, dann gucken wir nach den Assassinen. Sechs Minuten, zwei Minuten, zwei Minuten, zwei Minuten, sechs Minuten, sechs Minuten, sechs Minuten, sechs Minuten, sechs Minuten, zwei Minuten, zwei Minuten. Klar. Dann würde ich sagen, gehen wir gehen wir zwar nach oben müssen wir genau, nach da zum zu Bude. Gehen wir zwar dahin, aber wir können ja dann noch werden laufen, damit wir hier sechs Minuten verklemmen können. Weil da sind alle Assassinen wieder fit und dann können die wieder auf Mission geschickt werden. Die, die noch müssen. Werden wir dann auch sehen, ob da noch welche müssen. Wir haben noch eine Feste, müssen wir noch kaputt machen. Aber gut, das ist auch noch eine Feste. Und man muss die auch irgendwie verteidigen, wenn die angegriffen werden, aber bisher kam ja nix. Also, da war beim ersten Durchspielen viel mehr. Das fand ich auch ein bisschen, das war auch ein bisschen doof, weil das ein bisschen schlecht gehandelt wurde. Ja, ganz bestimmt. Ich bin gerade voll irgendwie, keine Ahnung, also gut drauf. Muss man sagen, irgendwie, keine Ahnung. Aktuell geht's. Aktuell geht's. So, 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 so. Ich bin noch nie hier lang geschwommen. Ganz ehrlich. 38 Sekunden. Also, zumindest kann ich die einen wieder auf Reise schicken. So. 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 Ja, du bist müde. Ja, verdammt. Das Erste ist auf jeden Fall fertig. Ich kann, ich kann jetzt Leute, Leuten eine, also, Assassinen eine bestimmte Feste zuordnen. Wenn die halt meiste Assassinen sozusagen sind, kann ich dir, ähm, eine Feste zuordnen. Bis jetzt hier alle, bis auf eine. Und dann muss ich mich auch nicht mal um die scheiß Angriffe kümmern. Habe ich hier Ruhe? Also, ich glaube, mein Unterbewusstsein will gerade selbst, äh, Zeit schinden. Weil ich hier gerade extrem scheiße bin am Springen. Nein, kein Trinkspiel. Verspreche ich dir. Stimmt, da geht's ja rein. Das heißt, ich geh hier. so, 7799. Ist der durch, oder? Ne, der ist noch nicht durch. Also, ich habe jetzt hier einen Zehner. Ey, sind alle in einer Minute wieder da. Hm. Wie viele Level gibt's eigentlich noch? Weiß ich gar nicht. Hier gibt's krass EP. Das wäre auf jeden Fall was für den hier. Komm, mach ich mal. schön euch zu sehen, Mentor. Verdammt gut. Dank. So. 14. Alles klar. Der muss also noch ein bisschen. Müssen alle noch ein bisschen. Allgier, was gibt's denn da? Ja, die geben gut. Ja, cool. Okay, jetzt haben wir alles gemacht.